Hallo, hier ist der Detler von Wake News Radio und Wake News TV. Mein heutiger Artikel Zustände wie in China Basler Staatsanwalt befangen. Veröffentlicht in meinem Blog myworknews.wordpress.com Hintergrund dieser Sache ist eine Veröffentlichung auch gewesen in der Basler Zeitung. Die Links findet man alle dann im Artikel unten aufgeführt. Freiheit, Meinung, Ausdruck, Bewegung, Individualität, Selbstbestimmtheit der Bevölkerung, vor allem der Jugend. Das sind Begriffe, die dem Establishment, den Feinen und Reichen, den wenigen, die alle Macht besitzen, wie Blasphemie vorkommen. So scheint es, wenn man die Repressionen, die Kontrolle, die zunehmende Beherrschung, die vom Geldmonopol, nämlich Schuldgeld ohne Wert, geschaffen aus dem Nichts eines privaten Bankstermonopols erlebt, die ausgeübt wird. Es wundert daher nicht, wenn Menschen sich Freiräume schaffen wollen, sich neue Wege suchen, ihr Leben, ihre Sichtweise und naturgegebene Freiheit in einer vom Establishment zu betonierten und in feste Formen gedrückte Matrixwelt auszudrücken. Daher finden zunehmend sogenannte wilde Partys statt, bei denen junge Leute ihre Wünsche nach Zusammensein, Lebensfreude und Ausdruck ihres Lebens ohne Kontrolle durch Kommerz und Autorität nachgehen wollen. So auch hier geschehen zu Basel in der Schweiz auf dem NT-Areal. Und NT steht für Nicht-Territorial. Für diejenigen, die das nicht wissen. Die Jugend begehrt auf. Sie bäumt sich auf gegen den Zwang, immer und überall konsumieren zu müssen, Eintritt zu zahlen, in Clubs teure Drinks zu kaufen, die vorgesetzte Musik zu hören. Es rumort in der Stadt. Der schafft gewaltige Angst bei den Mächtigen, den bislang uneingeschränkt herrschen Dürfenden. Und hier ein Zitat aus der BATS vom 5.6.2012. Polizeidirektor Hans-Peter Gass verteidigt die Strategie der Polizei. Die Beamten seien gegenüber den Partyteilnehmern verhältnismäßig und nach Möglichkeit vorgegangen. Die Polizei hat kein stehendes Heer, sagt der Regierungsrat. Die schnelle Kommunikation und die zunehmende Mobilität der Gesellschaft sind für uns eine enorme Herausforderung. Was passierte denn auf dem NT-Areal? Und hier ist die Quelle links unten Punkt in die Media. Ein gezielter Rückblick, so heißt es dort. Am frühen Morgen versucht ein Polizist in Zivil, sich unter die Partygänger, Partygängerinnen zu mischen. Er wird erkannt und weg gewesen. Weigert sich jedoch zu gehen. Es kommt zu einem Handgemenge. Der Polizist zieht seine Dienstwaffe. Davon unbeeindruckt versuchen einzelne Leute noch immer ihn zu verjagen. Er flüchtet dann auch. Einige Leute rennen hinterher. Als die Polizeiverstärkung anrückt, hagelt es Steine. Die Polizei verhaftet eine Person und zieht sich unter Steinbeschuss zurück. Die Antwort darauf folgt, als eine Gruppe von drei Leuten auf dem Nachhauseweg verhaftet wird. Eine Person wird vom fahrenden Velo gerissen und zu Boden gedrückt, mit den Knien im Geneck. Eine andere Person, die bereits mit Handschellen im Polizeiauto sitzt, kriegt aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht. Handschellen werden bis zur Unerträglichkeit angezogen. Auf dem Posten kriegt eine Person den Gummiknöppel in den Bauch geschlagen. Die Polizisten zerbrechen zudem eine ID, zerstören teures Equipment und Schallplatten und konfiszieren diverse Gegenstände, ohne eine Quittung auszustellen. Zwei weitere Personen, ebenfalls auf dem Nachhauseweg verhaftet. Eine Person wird auf den Boden gedrückt, danach an der Wand entlang gezogen und nach ca. zwei Stunden Haft mit den Worten, hau ab, du Schuchtel, entlassen. Die andere Person wird bei der Verhaftung mehrmals mit einem Gummischrotgewehr geschlagen. Zitat Ende. Fazit im Artikel. Das Territorium der Stadt ist nicht neutral, nicht öffentlich. Es ist das Territorium einiger weniger privilegierter. Jene, die Macht haben, wollen sie behalten. Endes Zitat aus dem Artikel. Ist deshalb nun jedes Mittel recht? Ist das eine Justiz nur für die Reichen und Mächtigen? Schützen sie diese nun vor dem Freiheitswillen des Volkes mit allen Mitteln? Im Artikel der BATS vom 5.10.2012 heißt es nun, im Fall der illegalen Party auf dem NT-Areal wird an der Unbefangenheit des Staatsanwalts gezweifelt. Nun soll ein anderer Staatsanwalt das Dossier seines Mandanten übernehmen. P-Punkt soll den oben beschriebenen Zivilfahnder angegriffen, sowie einen Staatsanwalt, der sich privat frühmorgens auch gleichzeitig dort aufhielt. Ein Bürokollege leitet die Ermittlungen. Offenbar wittert die Verteidigung vom P hier etwas Unrechtes. Es sind typische Strafen, die verhängt werden, wenn man an unbewilligten Demonstrationen teilnimmt und gegen die Staatsgewalt ausfällig wird, sagt Alain José. Der Rechtsanwalt ist für die Verteidigung von P-Punkt zuständig. Wegen Bagatellvergehen und dieser Anklage sitzt P-Punkt schon monatelang in Untersuchungshaft. Soll das eine abschreckende Wirkung haben? Ist es gar eine politisch motivierte Verfolgung anders denkender und anders handelnder? Die Polizei, die Staatsanwaltschaft im Auftrag des Volkes oder nur im Auftrag einiger weniger des Volkes? Es bleibt spannend. Tyrannen geben sich bekanntlich erst dann richtig zu erkennen, wenn sie sich wie Tyrannen benehmen. Also hier wird weiter berichtet, ist der Dettel von Wake News Radio, Wake News TV, alles zu lesen unter meinem Blog, mywakenews.wordpress.com. Links sind alle unterhalb der Beschreibung vom Video. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr bis europäischer Zeit hereinhören.